Diese mache ich so, dann mache ich diese Knorren weg. Und dann kannst du zum Beispiel... Wir machen heute ein Visoto. Dann machst du ihn wieder zu. Dann musst du die Wackel wieder formen. So dass es natürlich aussieht. Wie soll sie sein, normalerweise. Die Keule auf dem Platz wieder. Mit zum Beispiel Visoto drin oder so. Visoto. Reis. Oder Hackreis. Das musst du nur formen. Am Anfang. Aber damit fast ist es ein bisschen leichter. Dann kann ich besser formen. Dann machst du die Keule immer. Wie gesagt, wenn du ein bisschen Fass hast, ist es besser. Hier zu machen. Und dann über die Keule. Und an die Brust nach vorne wieder. Na?